Gut. Shotgun-Action. Hallo? Erstmal nachladen! Die Bibliothek. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Natürlich. Wie immer. Daniela, pass außen auf. Wir gehen mit Artium rein. Wetten, dass er gleich abgeschossen wird. Oh, das ist so cool, wenn die Pilze aufgehen. Gut. Scheint ruhig zu sein. Hoffe ich. Shotgun. Leute! Das ist ein Schwarmvögel! Achtung, Daniela! Kommt schnell her! Versperrt diese Türen! Ich komme! Achtung! Verdammt! So. Artyom! Wenn die Tür oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Wir können sie nicht lange abhalten. Gut. Worauf sieht die aus? Auf einen Snack! Und zwar uns! Das bedeutet, erstmal looten gehen. Ich wette, sobald wir hier sind... Ich wette, sobald wir hier sind... Schön. Oh, scheiße! Das war die falsche... Taste. Okay. Nimm mal die da. Und schieß mal hier alles ab. Wow! Wow! Oh mein Gott! Oh Gott! Was? Einmal durchlaufen... Nein! Wo muss ich hin? Echt? Bis dann! Und an... 求. Ah, was war das denn? Ah! Da möchte ich nicht durch. Komm, erstmal... Erstmal nachladen. Oh! Nett, ich hab gar keine Munition mehr dafür. E. Hallo? Oh. Nein, das war ein Fehler. Wie kann ich jetzt hier raus? Ach, ich muss gar nicht da raus. Gut, zu wissen. Ach. Komm, holt mich hier raus. Ah. Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Haha, nur ein Scherz. Etwas länger? Und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Adrian. Schön. Jetzt gib mir mal meine Munition. Wieso haben wir alle Shotgun-Muni dabei? Komm, was hast du noch? Komm, was hast du noch? Mit Gasmaske würden wir das eh nicht riechen. Hahaha. Wieso? 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 Ach. K. K. Shotgun Auf jeden Fall effektiver hier drin Gut Die sind nicht montiert Hier ist auch nichts So Hier ist nichts Nicht mal aus Komisch Wie kann man hier was aufmachen Ich weiß es nicht Wie kann man hier was aufmachen Gibt es hier irgendwas Nein 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 Verdammt! Wie kann man denn hier weitermachen? Ah! Wow! Gut! Das war jetzt ziemlich... Ah ja. Schwierig. Geht mal vor und zeigt mir mal, was ihr machen wollt. Als ob ich nicht treten könnte. Mann, oh Mann! Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Ja. Tim. Oh! Hallo? Nein. Okay, er ist tot. Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist. Führt da hin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Bieste gesagt habe. Ich beeile mich. Okay. Das bedeutet, ab jetzt selber durch die Gänge. Hä? Achso, der liegt noch da. Gut. Nein. Schade. Ich dachte, das könnte man mal... So. Doppelläufiges Gebäude. Komm. Komm, Doppelsprung. Super. Wow! Hmm. Oh. 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 Hallo? Über mir ist nichts. Gut. Boah, ich hasse die Viecher, ne? Das Lager. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ja, ich bekomme schon Gänsehaut. Ihr seid böse. Ich hab nichts dafür. Wieso hab ich gar nichts dafür? Fünf. Wow. Gut. 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 Gut.